Wer wird The Voice of Switzerland? Ich erwarte, dass es jetzt alles gab. Das große Finale. Sie waren unglaublich. Vier Talente wollen den Sieg. Jetzt wird's hart. Jetzt entscheiden Sie zu Hause, wer triumphieren wird. Sei, sei, sei. Mit Anastasia, Aston Baker, James Arthur und Salo Habe. Die ganze Schweiz entscheidet mit. The Voice of Switzerland. Das große Finale. Samstag, 20.10 Uhr, SRF 1.